Hey Freunde, ich habe mitbekommen, man soll niemals diesen Seed spielen, diesen Speakerman Titan Seed. Und hier, warte mal, den Weltnamen, den kann man selbst aussuchen und da habe ich eine gute Idee. Ich nehme einfach einen Kommentar von euch und zwar von Aisha. Ich liebe deine Videos, ich bin da zwei Jahre lang beim Kanal, kannst du mich grüßen? Ja, und ich habe auch bei einem anderen Kanal gesehen, dass du Almami heißt. Ich lasse mich jetzt nicht täuschen, aber ich nehme das jetzt mal als Weltnamen. Und den Seed nehmen, den Namen nehmen wir Speakerman Titan. So, fertig und create world. Und in der Zeit, wo die Welt generiert wird, freut mich mega, dass du heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt mir in die Kommentare und gebt ihm einen Daumen nach oben und komm schon, komm schon. Das wäre jetzt mein Dingser und naja, da es noch so lange dauert, könnt ihr meinen Roblox-Kanal abonnieren, von Buflox und unseren Discord-Server-Join von Dandy und mir. Ja, komm schon, warum dauert das so lange? Und? So, da sind wir jetzt. Und wir müssen jetzt erstmal ein kleines Dorf finden, mal gucken, was hier so passieren kann. So, ob wir hier irgendwelche Sachen sehen. Was ist das denn? Okay, Rainbow Minions. Da gehen wir mal nicht hin. Da werden wir wahrscheinlich keine Chance haben, aber lasst uns mal ein Dorf suchen. Weil ich glaube, in der Nähe eines Dorfes spawnt immer so ein Speakerman Titan. Wir gehen jetzt mal hier rum. Und machen mal so ein bisschen Survival, Leute. Mal gucken, was hier so passiert. Und? So, einen Baum abbauen. So ein bisschen für Werkzeug. So. So. Und ja, dann fehlt uns noch ein bisschen was. Ich sehe hier noch nichts. Ich kann noch nichts erkennen, Leute. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir genug Holz. Aber, ne, was das doch immer ist, da gehen wir nicht hin. Bitte, 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 lass uns schnell ein Dorf finden. Ich möchte nicht so lange nach einem Dorf suchen. Wird doch nicht so schwer sein, oder? Hundertprozentig ist gleich hier hinterm Berg. Hinterm Fluss. Wir springen jetzt erstmal über den Fluss. So, zack. Hier sind aber richtig viele Tiere, also Kühe und so. Mal gucken. Aha. Ach, Leute, ich sehe hier kein Dorf. Wir machen einen kleinen Jump. Ah, was ist das denn? Das ist kein Dorf. Das ist, glaube ich, so ein Magierturm. Ja, ja, ich glaube, das ist ein Magierturm. Ich will doch nur ein Dorf haben. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein Dorf gefunden habe. So, da sind wir wieder. Und ich habe hier sogar eine Pyramide gefunden. Und ein Dorf. Das ist perfekt. Und ein Lucky Block? Komm. Komm, den Lucky Block machen wir mal auf. Okay, Leute? Oha. Wir haben sogar ein Schwert bekommen, mein Lucky. Und? Okay, das ist cool, Leute. Das ist schon ziemlich cool. Und ist hier irgendwas? Nee, ich sehe noch nichts. Hallo, Leute, was geht? Rainbow Minion, okay. So, was habt ihr hier so Schönes? Cool, cool. Hm. Was es hier noch so gibt und... Warte mal. Was ist das da hinten? Diese Silhouette. Das erinnert mich an einen Speakerman. An einen Titan-Speaker-Man. Nein, der ist hier in der Stadt, Leute. Auffassen. Ich muss die Leute warnen. Ja, das ist das. Hier, Titan-Speaker-Man. Okay. Was macht er? Der steht da gerade ruhig rum. Okay. Wir dürfen ihn... Und was ist da? Was ist das da? Leute, seht ihr das? Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen ihn nicht zu uns locken. Wir müssen uns nur ausrüsten. Und wie machen wir das denn am besten? Ich brauche erstmal was zu essen. Ich bin hier fast am Verhungern. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir mal ein bisschen Weizen. Was hier schon fertig ist. Machen wir wieder neu pflanzen. So, weil wir sind ja hier im Survival. Wir müssen ja auch richtig ordentlich sein. Wir können da zum Magier-Turm gehen. Vielleicht kriegen wir da was Cooles raus. Okay, er steht dann noch. Okay. Was ist denn hier mit dem Sandblock? So. Oh, da ist noch ein Lucky Block. Okay, das ist ziemlich gut. Das heißt, vielleicht kriegen wir noch was Gutes raus. So irgendwas Diamant-mäßiges. Und dann ist noch ein Lucky Block. Ah. Ist gut zum Tränke machen. Okay. Und hier ist TNT. Okay, okay. Man kann ihn in eine Falle stellen. Das ist schon mal ziemlich gut. Wir müssen aufpassen, dass nicht der Titan-Man auf einmal kommt. Der Titan-Man. Der Speaker-Man. Wir gehen jetzt mal hier in diesen Magier-Turm rein. Mal gucken. Was hier passiert. So, gehen mal hoch. Warte, wir müssen vorsichtig sein. Nicht, dass wir angegriffen werden. Und hier ist der Magier. Spellbook. Für fünf Magic-Kristalle. Okay, wir können hier... Okay. Ich hab kein Mag... Ich hab kein Spellbook. Ich werde ihn jetzt nicht angreifen. Ich hab keine Lust zu verlieren. Es wird auch jetzt nachts. Wir müssen vorsichtig sein. So, wir gehen da mal... Wir müssen aufhören zu springen. Steht er noch? Der steht da noch. Der steht da wie fest angewachsen. Okay, das ist schon ziemlich gut. Sollen wir mal hingehen? Ich hab Angst. Okay, komm, wir gehen mal hin. Was soll schon groß passieren? Hallo? Speakerman? Speakerman? Warum gehen wir nachts dahin? Steht da einfach nur rum. Das macht ja nix. Was ist das denn? Ich hab Angst, dass er gleich auf mich zuläuft. Oh, das sieht auch interessant aus. Dahin ist noch ein Lucky Block. Hallo? Ach der, wohin läuft der? Bis jetzt macht er nix. Wart mal, hat er gerade hier einen Hasen? Der ist noch freundlich. Aber auch nur... Für wie lange? Schade. Äh... Er beschützt die Stadt? Ja, er beschützt die Stadt! Vor den Monstern! Er brennt, er brennt! Komm schnell ins Wasser! Speakerman! Komm schnell, schnell, schnell hier ins Wasser! Okay, kann man das essen? Ja, kann man essen. Warum kommt der denn jetzt nicht? Mann, wir sollen's echt nicht spielen, aber... Ich hab irgendwie... Greift er mich an? Ja! Hä? Warum greift er mich jetzt an? Oh, 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 oh! Schnell weg! Wir haben Probleme, ich hab nur noch drei Herzen. Zum Glück kommt er nicht übers Wasser. Anscheinend mag er Wasser nicht. Oh nein, wir brauchen Essen. Woher kriegen wir jetzt Essen? Sind die auch noch Zombies? Okay, perfekt. Oh, wir können uns einen feinen Bogen machen, oder? Okay, ich hab jetzt nur noch ein halbes Herz. Ich muss hier rein. Was tradet ihr für mich? Okay, ich geh hier rein. Was hast du für mich? Papier für Emeralds. Okay. Was hast du für mich? Papier für Emeralds. Der Speakerman steht da noch. Wir haben echt ein Riesenproblem. Oh! Das war knapp. Hätten die mich gesehen, dann wäre ich naja draufgegangen. Kannst du nicht die Tür aufmachen? Da sind draußen Monster. Du musst aufpassen. Wie sollen wir das denn jetzt nur machen? Da ist das Monster. Da hinten ist das Speakerman. Wir haben gar keine Chance. Angst, was sollen wir machen? Ich wollte einfach nur testen, ob der Seed wirklich so funktioniert. Ich wusste ja nicht, dass auf einmal ein Speakerman hier ist. Was machen wir denn jetzt nur? Wenn ich die jetzt reinlasse, sind wir... Ich hab ein Lucky Sword. So. Perfekt. Ich brauch einen feinen Bogen. Oder irgendwas anderes. Was bist du denn für ein Kleiner? Aua! Nein, ich möchte nicht draufgehen. Dann ist das Video vorbei. Nein, 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 nein. Nein, nein, Leute, ich weiß nicht mal, wo das war, wo die Stadt war. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Okay, Leute, wir haben gar keine Chance gegen den Speakerman. Der ist einfach viel zu stark gewesen. Und spielt nicht diesen Seed. Da kommt ein Speakerman in der Stadt. Und ja, Leute. Wir gucken jetzt einen Enderman an. Und... Tschüss.